Mein Name ist Corinne Rüttemann und ich spiele seit 10 Jahren für die Schweizer Uni-Hockey-Nationalmannschaft. Mein Name ist Brigitte Mischler und ich spiele seit 8 Jahren in der Schweizer Nationalmannschaft. Vom 7. bis 15. Dezember findet hier in Neuchâtel die Heim-WM statt. Eine Heim-WM im eigenen Land ist für uns ein grosses Highlight. Und darum... ...Flobalize Neuchâtel! Das Schloss Neuchâtel und die Kollegiatzkirche sind eines der meistbesuchten Orten in Neuchâtel. Von oben hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Altstadt und den See. Das Schloss wurde in 10. Jahrhundert gebaut und war die Residenz des Königreichs Burgund. Hast du gewusst, dass heute hier der Regierungssitz des Kantons Neuenburg ist? Die Neuchâtel liegt zwischen Berg und See. Zum 700-jährigen Jubiläum der Schweiz hat man die Aussichtsplattform gebaut, namens Passerelle de L'Euthopie. Hast du übrigens gewusst, dass der Neuburger See der grösste See ist, der vollständig in der Schweiz liegt? Die Heim-WM bedeutet für mich alles, was mir extrem am Herzen liegt an einem Ort. Sprich meine Familie, meine Kollegen und das Unihockey. Für mich ist es eine Riesenbelohnung, hier in der Schweiz den Sport, wo man so viel investiert, im Heimpublikum zu vorführen. Die Heim-WM hat für mich eine grosse Bedeutung. Ich hoffe, dass wir mit viel Leidenschaft, harter Arbeit und dem Team ganz viele und wunderschöne Momente zusammen erleben können. Musik 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 Musik